in dem heutigen video möchte ich euch auf der karte terminus bei black ops 6 zombies das haupt easter egg zeigen schritt für schritt und wir fangen direkt an als allererstes müsst ihr pecker punch und strom aktivieren und wenn ihr das gemacht habt braucht ihr nun für den ersten schritt vom easter egg die wunderwaffe die könnt ihr euch entweder zusammenbauen da kann ich euch jetzt zeigen wie das geht oder ihr kriegt sie aus der kiste und für all die leute die wissen wollen wie man die gratis zusammenbaut das zeige ich euch jetzt und zwar müsst ihr drei monitore finden nachdem ihr pecker punch aktiviert habt der erste befindet sich hier bei deadshot daikiri unten der zweite ist bei stamina perk bei schneider laufen wenn ihr raus geht rechts und der letzte ist bei quick rewrite wenn ihr aus dem raum raus geht direkt hier am geländer als nächstes packt ihr auf eine waffe hier beim arsenal oder irgendwo anders beim arsenal das tote leitung perk drauf ihr geht zum pecker punch unten im labor drückt einmal so dass es nach oben fährt und wenn ihr euch umdreht könnt ihr durch das fenster schauen und da ist so ein sicherungsschrank dagegen müsst ihr drauf schießen leute und danach noch auf paar andere achtet genau einfach wo ich ihn schieße einmal da dann hier direkt links oben auf der wand dann geht die hier rechts rum einmal lang in den raum wo auch jugger ist ihr geht hier runter in dem raum hier ist der nächste und rechts an der wand draußen ist dann der nächste und es öffnet sich hier dieses labor und unter diesem tisch hier ist ein zombie den tötet ihr und er droppt euch einen anhänger und den hebt ihr dann auf begebt euch dann zum turm wo auch elementar leben muss denn dort ist jetzt ein aktenkoffer mit dem interagieren könnt und ein teil rausnehmen könnt dieses teil nehmt ihr damit und bringt das dann ins labor und ihr müsst wieder mit dem rechner interagieren dann seht ihr er geht an und kurze zeit später könnt ihr damit interagieren und ihr seht der will einen code von euch oder ihr geht zu dr pack der kennt den code auch jedoch müsst ihr seine erinnerungen mit 5000 punkten bestechungsgeld erfrischen so dass er sich wieder an den code erinnert und euch den code gibt oder ihr löst den code einfach selber das ist eine kleine rechenaufgabe leute ich kann euch das ganze auch erklären und zwar habt ihr bei den einzelnen feldern x y und z diese symbole und am ende des raums habt ihr diese zwei tabellen und ihr nehmt die linke tabelle zuerst und da habt ihr links zahlen und unten zahlen dann sucht ihr euer symbol und mein erstes symbol bei der x steht links bei der 1 und unten auch bei der 1 also ist unser x schon mal die zahl nummer 11 und unser y das symbol steht bei 2 1 also ist y 21 und unser letztes symbol beim z steht links bei der 2 und unten bei der 0 also 20 und jetzt benutzen wir die rechte tafel und da steht ja 1 2 3 und rechts stehen formeln und diese formel müssen wir jetzt einfach nur füllen und ich zeige euch das mal beim ersten steht 2x plus 11 unser x ist die 11 2 mal x also 2 mal 11 sind 22 plus die anderen 11 sind 33 also ist unser erster code schon mal die 33 und das gleiche machen wir jetzt auch mit der 2 da steht 2 z plus y unser z ist 20 y ist 21 also 2 mal 20 sind 40 plus 21 61 minus 15 56 also ist unser zweiter code 56 das gleiche machen wir jetzt mit dem dritten code auch y plus z minus x also y ist bei uns 21 plus z also gleich 20 sind 41 minus 11 x sind 30 also ist unser dritter code 30 wenn ihr das dann ausgerechnet habt dann gibt ihr den code ein ihr kriegt ein item bedroppt das hebt ihr auf und auf dem monitor ist ein ort auf der karte markiert dort geht ihr hin das ist diese kleine insel außerhalb und ihr seht auch schon dass so eine blaue kugel mit der müsst ihr interagieren und das item platzieren was ihr zuvor aufgehoben habt und es werden eine menge zombies spawne manche werden so blau leuchten wie dieser und diese müsste dann umbringen denn diese droppen euch dann so kleine blaue orbs diese orbs müsst ihr dann aufheben mit der interagieren taste und in dieser großen blauen kugel platzieren wenn die kugel dann aufgeladen ist dann hebt ihr das teil auf und ihr werdet sehen die kugel verschwindet bis zur nächsten insel und ihr müsst einfach gucken in welche richtung sie geflogen ist fahrt mit dem boot in dieselbe richtung zur nächsten insel wo sich die kugel befindet wenn ihr dann da seid ist das diesmal eine grüne kugel dort platziert ihr wieder das teil und es werden zombies spawnen und ihr macht das gleiche wie vorhin nur mit grünen orbs wenn die kugel dann aufgeladen ist dann fliegt sie wieder weg hebt das teil auf merkt euch die flugrichtung und fahrt dann hinterher auf die insel wurde wieder hin fliegt diesmal ist es eine lila kugel ihr platziert wieder euer teil hier in diesem ort und danach tötet ihr lila zombies und platziert dann die kugeln da rein und es wird so ein kleines weißes bildschirm kommen und ihr kriegt so eine rote ampulle und mit diesem dingen geht jetzt zurück ins labor denn dort befindet sich eine werkbank wo ihr dann die wunderwaffe nun bauen können wenn ihr die dann habt dann geht nach unten ins labor und aktiviert diese tentakel falle davon gibt es zwei stück ihr müsst diese hier aktivieren wo ich bin und danach schießt da rein so weg und es wird ein item gedroppt dieses item hebt die auf leute das bringt ihr dann zu dr pack das ist am spawnen hier hinter diesem schaufenster legt das item da rein und nun müsst ihr drei kurz finden der erste befindet sich im raum wo quick revive ist und da ist halt dieser raum hier da habt ihr eine uhr und ihr müsst gucken wo der kleine zeiger hin zeigt bei mir ist es die sechs das ist unser erster code für den zweiten code laufen wir vom jugger und rechts entlang richtung arsenal in diesem großen raum und dort befindet sich an der wand eine karte also an dieser pinwand befindet sich eine poker karte und diese zahl auf der karte ist unser zweiter code das ist bei mir die fünf für den dritten code müsste hier am jugger links raus durch diesen raum hier und da seht ihr dann an dieser tür eine zahl bei mir ist es die null und jetzt habt ihr den code vollständig alle drei teile und damit geht ihr wieder unten nach packer punch und in der mitte von dem raum habt ihr diesen riesen generator hier müsst ihr einmal interagieren in der mitte bis dieses bild seht und kurze zeit später könnt ihr dann noch mal interagieren und den code eingeben und wenn ihr das dann gemacht habt dann seht ihr das ist anlackt und jetzt habt ihr hier diese ventile und je nachdem wie viele spieler ihr seid muss jeder spieler gleichzeitig diesen ventil betätigen ich bin solo also kann ich alleine drauf drücken damit euer bildschirm weiß und ihr müsst jetzt hier in dem raum überleben beziehungsweise wird ein boss zombie spawnen und diesen boss zombie müsst ihr töten und sobald ihr den getötet habt kommt eine kleine cutscene die könnt ihr natürlich auch überspringen müsst ihr euch nicht anschauen und wir machen weiter mit dem nächsten schritt nach der cutscene könnt ihr euch an diese position stellen wo ich stehe dann springt ihr hier runter denn unten im wasser befindet sich ein item was wir aufheben müssen das leuchtet dann auch schon rot und wenn ihr von da abspringt wo ich abgesprungen bin dann werdet ihr das wahrscheinlich direkt finden und danach geht ihr in den kommunikationsraum und interagiert mit diesem rechner und sobald sich die schrift ändert haltet die noch mal ein bisschen gedrückt und geht dann auf mehr zum boot dieses boot hat hier so eine offene stelle leute und an der offenen stelle ist eine leiter ihr geht jetzt hier die leiter hoch und oben ist eine werkbank mit zwei äther kanistern sobald ihr diese äther kanister da weg holt schließt sich die tür bzw der ausgang und ihr müsst hier erstmal alle zombies töten und wenn ihr die zombies wieder getötet habt dann öffnet sich das unten wieder dann nehmt ihr ein äther kanister mit und ihr müsst jetzt pipelines reparieren insgesamt gibt es drei spots und ich zeige euch jetzt jeden spot wo ihr die pipelines reparieren könnt ihr nehmt den äther kanister natürlich mit leute ihr fahrt hier am boot vorbei links entlang direkt an die erste insel und dort habt ihr außerhalb direkt hier diese pipeline und dort könnt ihr das reparieren ihr müsst gedrückt halten das dort so ein kleines bisschen am besten wäre wenn ihr ein kumpel habt ihr euch dann die zombies abhält und jetzt zeige ich euch die anderen zwei sports der zweite spot befindet sich in den meereshöhlen ihr könnt auch auf der karte schauen leute um euch so ein bisschen zu orientieren und der dritte spot befindet sich hier an den dogs unter diesen riesen turm hier an der ecke wenn ihr dann die kanister aus dem schiff genommen habt und alle pipelines repariert habt geht zurück zu dr pack zur wachstation denn der wird euch jetzt neues item droppen ein hacking gerät und damit müsst ihr jetzt drei sachen auf dem wasser hacken geht zu den dogs ruft euch ein schlauchboot danach biegt ihr direkt links ab und dort seht ihr schon die antenne und ihr müsst nahe genug ran fahren leute und dann steigt ihr aus und geht nach vorne und haltet die interagieren taste gedrückt euch wird nichts angezeigt aber wenn ihr nah genug seid und die interagieren taste gedrückt dann fangt ihr an das dinge zu hacken nachdem ihr das erste gehackt habt habt ihr noch zwei minuten zeit die anderen zwei zu hacken darum schaut so ich zeige euch den genauen weg ihr fahrt hier rechts lang richtung kaputtes schiff und dort am schiff seht ihr schon wieder das nächste dort fangt ihr auch einmal an zu hacken und sobald ihr fertig seid fahrt ihr einfach hier geradeaus am schiff weiter zum nächsten satelliten und der befindet sich auch schon direkt dort im wasser den hackt ihr auch einmal und dann habt ihr diesen schritt auch fertig und danach müsst ihr runter in pack up an schrauben denn es hat sich so ein selbstzerstörungstheime aktiviert und hier unten links direkt ist so ein kanister und mit dem könnt ihr interagieren ihr müsst gedrückt halten aufladen dann lauft ihr rechts entlang so wie ich es mache leute und da befindet sich dann noch einer es sind total drei stück an der linken seite jetzt ist der zweite mit dem müsst ihr auch interagieren und gedrückt halten und danach zum dritten der befindet sich unter dem labor beim pack up an schrauben wenn ihr mit denen auch interagiert habt und den voll geladen habt dann seid ihr schon boss fight ready ab hier müsst ihr euch nur noch ausrüsten leute nehmt das mit was ihr braucht für den boss fight ich würde euch sehr starke waffen empfehlen zwei dreimal gepuncht nicht so wie ich ich mache das zwar gerade mit einem glitsch damit ich euch das ganz in ruhe zeigen kann aber ohne glitsch hätte ich das nie niemals geschafft mit diesem equipment wenn ihr euch dann bereit für den kampf fühlt dann müsst ihr zu dieser weißen tür unten beim pack up an schrauben und wenn ihr mit denen interagiert werdet ihr dann hier in diesem boss fight teleportiert dieser boss hat verschiedene punkte an seinen körper die rot leuchten das sind seine schwachstellen die müsst ihr abschließen wie ihr seht macht meine einmal gepunchte pump gun gar kein damage ich mache das apropos mit dem unsichtbarkeits glitsch und falls ihr auch den glitsch machen wollt dann ist der oben rechts verlinkt im video ansonsten falls ihr das ohne glitsch macht werde ich morgen auf jeden fall auch noch mal machen dann würde ich hier ganz zeit im kreis laufen im uhrzeigersinn oder gegen den uhrzeigersinn halt die zombies nicht töten damit sie halt damit nicht immer wieder neue vor dir spawnen immer eine runde machen und dann immer auf die schwachstellen schießen der boss hat auch jede menge verschiedene attacken der despaunt auch zwischendurch und kommt mit einer anderen form wieder und anderen attacken aber seine schwachstellen sind eigentlich immer leicht zu erkennen worauf ihr schießen müsst das war es dann mit dem video leute ich hoffe euch hat das video gefallen falls ja lasst doch ein like da und schreibt mir die kommentare und wenn du in zukunft nichts mehr verpassen willst lasst jetzt gerne ein kostenloses abo da damit du immer auf den neuesten stand bleibst vielen dank fürs zusehen und bis zum nächsten mal ciao und bis zum nächsten mal